Hallo und willkommen bei BILDNER TV. Als Samsung Smartphone User oder auch Samsung Tablet Benutzer habt ihr sicherlich festgestellt, dass ihr einige kostenlose Apps von Samsung auf euer Gerät bekommen habt. Darunter ist die App Samsung Free. Was die alles kann, will ich euch zeigen. Nur so viel sei verraten, kostenlos Fernsehen schauen, Podcasts hören oder Bücher lesen. Hallo, ich bin der Andi und ihr seid bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja und heute das Video dreht sich eigentlich rund um die App Samsung Free. Die haben alle von euch, die ein Samsung Smartphone oder ein Samsung Tablet besitzen, auf ihrem Gerät. Alle, die kein Samsung Gerät besitzen, die haben diese App natürlich nicht. Und leider gibt es diese App so auch nicht zum Download im Play Store. Also das richtet sich, wie gesagt, an alle Samsung Benutzer. Ja und was bietet mir diese App Samsung Free? Wie der Name Free schon sagt, bekommt ihr da einfach kostenlos Sachen zur Verfügung gestellt. Und zwar Filme, Podcasts, Musik und auch Texte wie Bücher. Ja und wenn ihr kostenlos lesen wollt, dann ist Samsung Free eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, ihr gewinnt einfach bei uns ein Buch. Wie macht ihr das? Ja, ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben. Und einmal in der Woche wird von uns ein Gewinner gezogen, der sich dann ein Buch aus unserem Verlagsprogramm frei auswählen darf. Ja und warum nicht dann einfach gleich das passende Buch für euer Smartphone sich aussuchen? Das findet ihr unter www.bildnerverlag.de. Da könnt ihr euch auch mal informieren, was wir sonst noch so alles im Angebot haben. Aber hier zum Beispiel die Bücher passend für euer Smartphone oder auch für spezielle Smartphone-Themen, wie zum Beispiel WhatsApp. Einfach auf www.bildnerverlag.de schauen. Ja und wir schauen uns jetzt diese App an, Samsung Free. Ich habe hier meinen Samsung Galaxy A22 mit meinem Rechner verbunden. Das heißt, ich kann es euch jetzt hier am Bildschirm schön präsentieren. Und wo findet ihr die App? Nun, ihr geht einfach mal auf alle Apps. Also wischt nach oben bei Samsung. Und jetzt sucht ihr einfach mal, ob ihr die Samsung Free hier findet. Ihr habt hier oft einen Samsung Ordner. Da gehe ich jetzt mal rein, gleich vorweg. Da wird es jetzt bei mir nicht drinnen sein. Aber da könnt ihr mal reinschauen, ob da das Samsung Free drinnen ist. Solltet ihr es in dem Samsung Ordner nicht finden, dann einfach mal durchsuchen und einfach mal weiterblättern. Ich habe es hier oben. Ich zoome mal näher ran. Also ganz oben das zweite von links. Samsung Free heißt die App mit diesem orange-pinken Logo. Und das müsst ihr einfach nur starten. Was ihr dafür braucht, ist natürlich eine Datenverbindung. Und da empfehle ich euch am besten, dass ihr irgendwo in einem WLAN seid. Also weil da werden natürlich entweder Filme oder Musik oder Podcasts aus dem Internet runter gestreamt. Das heißt, wenn ihr das Ganze über eure Telefondatenverbindung betreibt, dann können da natürlich viele Daten benutzt werden. Deswegen empfehle ich immer, das Ganze über ein WLAN zu machen. Also wenn ihr im WLAN angemeldet seid, dann gehe ich her und starte Samsung Free. Und dann bekommt ihr hier sofort etwas angeboten. Nämlich hier zum Beispiel, ihr seht hier oben Read, also Lesen. Ja, Schlagzeilen. Ja, die neuesten Schlagzeilen. Und das ist nochmal das, was ihr so zuletzt ausgewählt habt. Und hier unten, ganz am unteren Bildschirmrand, habt ihr eine Leiste. Da zoome ich mal näher ran. Und ihr seht, da gibt es die Punkte Watch, Listen, Read und Play. Und das sind die vier Sachen, die ihr hier kostenlos bekommt. Nämlich Videos ansehen. Ihr könnt etwas zuhören. Also hauptsächlich Podcasts. Ihr könnt etwas lesen, wie hier zum Beispiel Neuigkeiten. Oder ihr könnt Play. Ihr könnt kostenlos Spiele spielen. Ja, und wenn ich jetzt hier mal auf Watch tippe. Ich gehe unten einfach auf Watch. Dann kommt hier so eine Übersicht. Ja, mit Filmen, was euch hier alles angeboten wird. Und ihr habt hier oben Kategorien. Auch da zoome ich mal näher ran. Ihr seht, hier oben gibt es so Kategorien wie Filme, News, Unterhaltung, Kinder. Und da könnt ihr noch weiter nach rechts scrollen. Also einfach hin und mit dem Finger ziehen. Und ihr seht Dokus, Natur, Lifestyle, Musik, Sport. Je nachdem, was euch da interessiert. Und wir bleiben jetzt einfach mal bei Filme. Und dann schlägt ihr euch hier Filme vor. Zum Beispiel A Picture, Perfect Wedding. Oder was haben wir hier? Der Pirat. Also hier könnt ihr einfach mal nach unten scrollen. Und seht, was euch hier so alles angeboten wird. Und wenn euch was interessiert, ja, dann müsst ihr das einfach nur antippen. Und dann wird hier oben die Wiedergabe gestartet. Also ihr seht, hier oben spielt dann der Film. Und wenn ich da drauf tippe, könnt ihr pausieren. Und ihr habt hier rechts unten, wie bei YouTube auch, dann den Button, um auf den ganzen Bildschirm zu vergrößern. Und ihr seht, der schaltet dann automatisch auf Querformat. So, ihr könnt hier auch den Ton ausschalten. Ihr könnt auch hier unten vor- oder zurückspulen. Und ich gehe jetzt wieder mal auf meine Hochformatansicht. Ja, also so könnt ihr euch hier verschiedene Filme auswählen. Und genau so geht es auch mit den anderen kostenlosen Sachen. Zum Beispiel mit Podcasts. Da geht man unten einfach mal auf Listen. Und hier habt ihr beliebte Podcasts. Und ihr fängt sofort mit einem an. Da gehe ich einfach mal zurück. Und wenn ich zurückgehe, seht ihr, habe ich hier ganz normal wieder eine Übersicht über verschiedene Podcasts. Und da könnt ihr jetzt suchen. Ihr habt hier oben auch eine Suchfunktion, wo ihr zum Beispiel nach speziellen Podcasts suchen könnt. Genauso funktioniert es auch mit Lesen. Wenn ich auf Read gehe, dann habt ihr hier Schlagzeilen. Und da könnt ihr einfach nach unten blättern, was es da alles so an Themen gibt, an Neuigkeiten. Und ihr könnt natürlich hier oben auch wieder hintippen und könnt zum Beispiel Einstellungen vornehmen über die Sprache und die Region, dass euch entsprechende Sachen angezeigt werden. Und hier oben natürlich auch wieder Themen, wie hier Geld und Wirtschaft, Autos und Motoren, Kultur, Unterhaltung und so weiter. Ja, und zu guter Letzt könnt ihr auch Spiele spielen. Ich muss einfach nur auf Play gehen. Da ist es allerdings so, wenn ihr hier bei Play seid und ihr hier sucht, dann ist es so, findet ihr hier eben kostenlose Spiele. Da könnt ihr euch einfach mal durchsuchen. Dann gibt es hier zum Beispiel die Top 20, neue Spiele, Geduldsspiele, Timing und so weiter. Da könnt ihr einfach mal durchblättern, was es alles so für Spiele gibt. Wenn ihr da eins antippt, das sind allerdings Apps, die dann bei euch auf dem Rechner heruntergeladen und installiert werden. Also es ist kein Browser-Game, das sozusagen direkt über den Browser gespielt wird, sondern diese Apps werden dann schon bei euch auf dem Smartphone installiert. Und dann könnt ihr da auch ganz normal spielen. Ja, also ihr seht, Samsung Free bietet euch da eine gehörige große Auswahl an verschiedenen kostenlosen Inhalten, sei es Filme, Podcasts, Neuigkeiten oder eben auch Spiele. Ist das alles, was kostenlos angeboten wird? Nein, mit Sicherheit nicht. Der Kritikpunkt bei Samsung Free, das sind halt von Samsung kostenlos zur Verfügung gestellte oder eben im Internet kostenlos gefundene Informationen, die mir hier geboten werden. Aber natürlich bei Weitem nicht alles, was es so im Netz kostenlos gibt. Weder Filme, noch Spiele, noch Podcasts, noch zum Lesen. Also wenn ihr noch wissen wollt, was es weiter gibt, dann müsst ihr da natürlich noch weitere Apps bemühen. Aber hey, die App ist kostenlos automatisch mit installiert. Und wenn ich irgendwo unterwegs bin und mir ist langweilig und ich habe vielleicht gerade keinen Zugriff auf mein Amazon Prime oder Netflix oder so und ich möchte hier einfach mal ein Video anschauen, dann ist Samsung Free einfach eine kostenlose, schnelle Möglichkeit. Nicht mehr und auch nicht weniger. Schaut es euch mal an und lasst mich doch einfach in die Kommentare wissen, wie ihr Samsung Free so findet. Ja, das wäre es mit dem Video auch schon gewesen. Noch eine Bitte an euch. Abonniert doch unseren Kanal. Damit unterstützt ihr uns nämlich kräftig, so dass wir noch viele weitere Videos machen können. Bei einem der nächsten sehen wir uns danach hoffentlich. Bis dann hier bei Bildner TV. Ciao.